um das ist das beste was du bei dem Minecraft MMO machen kannst um zu leveln habe ich mir dabei festgestellt entweder du gehst irgendwo hin wo richtig viele Zombies spawnen und stellt sich irgendwie auf einen erhöhten Punkt und ballast die ganze Zeit nur rein stumpf oder du gehst hin und machst eben halt die Dungeons immer und immer wieder die höheren dann eben halt und dann klar die Pio nennen das ist ja in den meisten MMOs so dass wenn du die Dungeons öfters mal rein kommst du da recht fix eigentlich zu Equip- und Erfahrungsblinken ja von Equip kannst du eigentlich auch so ganz gut farmen bei diesem Minecraft MMO weil du hast Kisten die fangen an zu blinken wenn die blinken kannst du die ausräumen wenn du aber irgendwann in der Kiste drinnen die Nessern ist halt direkt weg so und in diesen Kisten sind richtig gute Items da habe ich zum Beispiel heute auch mein äh mein Legendary Item rausgeholt diese Waffe die ich jetzt hab naja und die spawnen eben halt überall in der Welt ne ach so die spawnen random ja richtig ah ja äh obwohl du kannst dir die Punkte auch teilweise merken also einige Kisten die äh spawnen immer wieder an derselben Stelle aber zu äh unregelmäßigen Zeiten ja gut das ist ja klar wenn die immer zur selben Zeit spawnen würden könntest du sie abfahren richtig würde dir aber gar nichts bringen ne aber die die eine Kiste die ist so verdammt schwer da dran zu kommen das ist ähm so ne riesige Brücke ist da und dann hängen da Lianen dran und da musst du an den Lianen musst du hoch klettern das ist aber teilweise so dass die Lianen freischwebend sind ok also sprich du musst einen Trick anwenden um da hoch zu klettern um an die Kiste ganz oben am Turm dran zu kommen du gehst hin und kletterst ganz ganz weit an die Ecke dran quetsch dich quasi schon an die Wand dran und dann kletterst du die Liane hoch und quetsch dich dann wieder an die nächste Ecke rein um wieder an die nächste Liane zu kommen ach du liebe Zeit das hört sich umständlich an das ist richtig umständlich aber die Kiste die da oben spawnen die hat immer richtig guten Stuff drin also ich hab da letztes Mal vier äh 64er Stacks Emeralds rausgeholt das ist da so die Zahlungsmethode mhm und eben halt aus einem äh 64er Stacks Emeralds kannst du dir eben halt einen Emerald Block machen und dann mhm ok dann ist klar die kannst du besser stapeln im äh auf die Bank und ja du hast da eben halt nur so ne kleine Ender Chess zur Verfügung ne wenn du VIP hast hast du eben halt 50% mehr Platz ne ja ah ok ja deswegen hab ich mir das heute geholt weil die Bank ist bei mir überfüllt voll Metalltrinken equipt und äh ja das kenn ich Alter ist heftig ist das hehehe oder ich weiß aber bei Vio wie ihr eben mal extra die dicken Taschen geholt damit du genug Platz im Inventar hast eh und wenn du da so 5 Stunden oder was unterwegs warst eh dann da waren die Taschen voll ja das hört man sehr schnell so wie komm ich jetzt zu dem Boss hier äh ich finde das geil dass es von Innes Karten gibt nicht wie komm ich denn jetzt zu dem ich wäre froh wenn ich ne Karte in Minecraft MMO hätte aber für 1 äh 4 7 sind ja noch keine Mods draußen ja leider noch müssen also in der Minimap wär da nicht schlecht dann könnte man sich wenigstens die Städte markieren ja das würdest du halt ein bisschen einfacher machen ne ja richtig ja weil sonst musst du dir immer die Koordinaten merken ich meine mittlerweile ich hab die Koordinaten im Kopf ey ey das ist schlimm genug aber halt nicht so und irgendwann merkst du dir die Koordinaten eigentlich so ja naja durch und durch hallo so 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 endlich Level 35 ähm doch die hauen wir jetzt mal hoch hier so so hm 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 wo ist das ja und so und so so mal gucken dass ich einen dritten Passier finde week hm 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 ne 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 auf jeden Fall mal ok so dadurch dass ich jetzt ein Level höher bin zum einen brauchen wir jetzt Ach ja, nur schlappe 326.000 dp. Ist ja nicht viel. Ich habe jetzt die halbe Innie hier für ein halbes Level haben müssen, also kannst du ausrechnen. Naja, aber das geht. Kannst du die Innie zweimal machen für ein ganzes Level? Ungefähr. Ja, so in etwa. Aber gut, dass das normale Innie ist, gehe ich da raus, lasse die Innie resetten und mache es dann nochmal. Wäre jetzt nicht das Problem, wenn es mir jetzt um die Level ging. Das hätte ich relativ fix wieder zusammen. Wollen wir eben umpacken hier. So, 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 so. Das ist schon eine Weile her, dass ich mal wieder die Nachtdurch aufnehme. Oder was heißt die Nachtdurch mal bis in die Nacht hinein überhaupt. Ja. So, und du bedenkst morgen um die Zeit, verstehst du dein eigenes Geschrei auf den Straßen nicht, weil sie alle am rumballern sind. Boah, Leute, ich erinnere mich nicht daran. So, cool, ich kriege in der 35er Innie Tränke, die du auf Level 1 nachgeschmissen kriegst. Und einen Umhang für Level 5. Hallo? Hm. Naja. So. Jetzt will ich schon gerade mal kurz gucken. Backuperschiff, bla bla bla. Na komm. So. Wo war ne Link da? So. Meine Archive. Ja, Archive wird erstellt. Hä? Ach schade, das seh ich hier gar nicht. Nein. Ach schade. Also wenn man es einmal zugemacht hat, muss man wirklich warten, bis man die Mail ankriegt, dass es fertig ist. Ach schade. Okay. Ich hab's ja leider zugemacht. Ich hätte jetzt gerne mal geguckt, wie weit da ist. Boah. Aber es kann auch ein bisschen dauern. So. Ich geh mal noch weiter ein bisschen die Innie leerputzen hier. Ähhhhhhhhh. So. Ach, das war ja der dämische Kristall hier. Genau. Okay. Gehen wir mal. Küken. So. Ich liebe meine OE-Skills. Ganz einfach mal rein ran und hier mal 20 Gegner auf einmal plätten. So. Androlier's Stärke. Okay. Okay. Ja, dann sollten wir eigentlich platt kriegen. So. Jetzt kommt er doch direkt. Naja egal. Ah, der hat nur 200.000 Eben, das geht ja noch. So. Lalalala. Das ist auch wieder langweilig hier. Die sterben auch gleich wieder weg, wie die fliegen. Naja. Ja, Gott. Ja, das hat immer irgendwie ein bisschen dann das Doofe, wenn du da so übergepimpt bist. Und ich mein, für Level 35 bin ich definitiv überpimpt. Also, äh, overpowered. Oh. Das ist... Aber das hat wie gesagt das Problem. Für die Low-Innes ist das mal so wie das Level 60 kann man schon fast sagen. Pfff. Werde ich kaum Chancen haben, äh, Leute zusammen zu kriegen für einen Raid. Richtig. Weil die Leute einfach alles schon zu hoch sind. Das ist das Problem. Naja gut, gucken wir mal. So. Da wird wieder ein paar Küste da. Okay. Ja, ich würd ja nur an der Oma sagen, dass er dann mal langsam, äh, Aufnahme beenden. Ich will da nämlich leider nicht ins Bett gehen, aber langsam aber sicher. Wirst du pennen oder was? Nee. Schlaf wird. Schlaf wird überbewertet. Ne, ich werd jetzt dann aber eh gleich hier abbrechen müssen. Ähm, da ich das ganze noch rendern werde, ich muss noch Videos hochladen, pipapo. Muss noch ein bisschen was machen. Der Tag hat ja leider nur 24 Stunden. Leider, ja. Naja, manchmal, manchmal muss man sagen leider. Ja, das ist, aber gut. Gut, aber was macht er denn jetzt? Ich seh ja, ich komm hier recht fix durch. Von daher, ja, ja. Machen wir beim nächsten Run dann die Indie auch fertig, dann passt die Sache. Ja. Ja. Machen wir alles mit neben mir. Ah, die lassen gute Equipment fallen, das gibt gut Geld. Juuu, den noch. Ein Kristall noch, okay. Beim Sand weg. So. Das ist jetzt die Frage, kann ich von hier was rausporten? Tatsächlich kann ich sehr gut. So. Ne, bis jetzt hab ich mal noch keine E-Mail von YouTube bekommen, also es scheint wohl noch zu laufen. Das kann auch ein paar Tage dauern. Was? Ja. Also da hat vorhin innerhalb von keinen fünf Minuten, ähm, drei oder vier Prozent schon gehabt, also... Ja, je nachdem wie viele Videos so hast. Ja, das muss man mal gucken. Oh, es gibt neue Quests, guck mal. Ah, die geh ich mal eben noch holen. Dann hab ich ja gleich fürs nächste Mal. So. Ich fast halts Tag, okay. Wo ich die nächste... Okay, die Quests war das nächste Mal. Äh, da sind auf einmal ein paar Quests aufgegangen hier. Sehr schön. So, noch kurz vorsortieren fürs nächste Mal. Äh, und so. Da noch hin. So. Jut. So, dann werde ich hier jetzt einen Aufnahme-Cut machen. Das Ganze mal noch zum Render noch Rennen kloppen. Schau doch hier nicht so geknippt. Und dann gucken wir mal. Ich werde jetzt mal gucken. Vielleicht nehme ich die nächsten Tage dann einfach mal nochmal eine Speedrunde auf, die ich dann mit dran hänge. Ähm, für die... Sagt's mir. Für die alten Rentiere. Ähm... Ja, und für diese Tagebischer von den Ends. Da muss ich mal noch gucken, wie wir das noch machen. Äh, das ist mir aber so im Normal Game einfach too much. Das wäre für euch auch eine Zumutung, weil... Wir kloppen jetzt schon ein paar Folgen dran rum. Ich mach da draußen einfach ein paar Speedfolgen. Sollte eigentlich nur eine Speedfolge werden. Und äh, klöbbel die Dinger da zusammen. Ich hoffe, dass sie zusammen kriegt. Äh, werden wir mal gucken, wie wir das Ganze dann handeln hier. So. Aufgeräumt wird nächste Runde. Die Tasche packe ich mal eben noch aus. Fusionsstein, goldener Hammer. Und... Schick. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich bedanke mich bei dir. Vielmals die Runde fürs Mitmachen. Ach, kein Problem. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann auch im neuen Jahr. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen Traum auf das Wochenende. Einen traumhaften Tag. Abend, Morgen, Nacht. Je nachdem wann ihr guckt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.